Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Stream-Ankündigung. Morgen ab 20 Uhr spielen wir mal wieder irgendwelche Spiele. Ich weiß jetzt noch nicht genau was. Das lasse ich mir erstmal noch offen. Vielleicht habt auch ihr irgendwelche Vorschläge. Dann immer her damit. Und das Ganze findet wie immer auf Twitch statt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich natürlich wieder besuchen kommt. Macht's gut, vielleicht bis morgen. Servus.